Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Auch heute ist es wieder sehr früh am Morgen. Wie eigentlich. Ich fühle es immer schon dieses Jahr. Es wird auch die nächsten paar Konkurse immer sehr früh werden. Heute ist Samstag und heute gehen wir auf Bern und reiten dort ins Januar 3. Die Leute dürfen aber gar keine Punkte haben. Und deswegen sind dort ja Anfänger halt einfach Leute, die in der Sonne keine Punkte haben. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir eine Klassierung ausreiten können. Und dass wir vielleicht mehr Chancen haben, als wenn Alba die ZKV-Championate ist. Und morgen, also von uns aus sehen wir morgen, gehen wir nach Amor in ein Derby. Das heisst, das Wochenende haben wir zwei Konkuren und nicht nur einen. Aber deswegen reiten wir heute auch noch eins. Wir hatten dann auch noch eins. Die hätten dann aber strechere Konkurrenz. Aber wir haben gedacht, morgen ist der Erby ist nur ein Umgang. Dann können wir heute noch eins. Und das ist ja beide nicht so weit weg. Und ja, letzte Woche ist es ja wirklich gut gegangen in Hasler, das Video könnt ihr ja schon schauen auf dem Kanal. Und ja, ich hoffe, dass ihr diese Woche genau so läuft. Leder hat mir gestern eine neue Stress-Training können, die die Halbe besetzt war und uns geeignet hat. Die haben mir nicht auf einen Grasplatz können. Und ja, Leder melden sich ja heute nicht so schön. Ja, noch schöner als morgen. Und morgen soll es die ganze Zeit drängen. Und heute sollte es vielleicht gleich aufhören, wenn ich dran bin. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video. Ich wünsche euch viel Spass mit dir ja wie viel Spass Myers das ist. Ja, ich wünsche euch viel Spass mit dir. Und wenn du nochitudst, ja, ich wünsche euch ein bisschen Angst. Und wenn du noch etwas im Leben mit dir bist, dann bitte dann schlieb ich. Ja, ich wünsche euch, was ich ja noch nie in das Lebenswissen. Und ja, ich wünsche euch. Ich wünsche euch das Ganze mit sobald und ich mir, das ist jetzt mein Job. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017